Die Geschichte von einem Jäger. Und dieser Jäger war eines Tages auf der Jagd. Den ganzen Morgen versuchte er etwas zu erjagen und er konnte niemand nichts treffen. Also setzte er sich hin, er war müde und packte sein Lunchpaket aus und wollte gerade essen. Da sah er etwas, da war da nämlich ein Tiger. Und der Tiger war auch den ganzen Tag auf der Jagd gewesen, hatte auch nichts gefunden. Er hatte kein Lunchpaket dabei. Aber er sah unseren Jäger und dachte, wow, was für ein Lunchpaket. Er schlich sich langsam an und der Jäger bemerkte den Tiger. Gefahr, Aktivierung, Flucht, Kampfmechanismus. Adrenalin, Sympathikus aktiviert, Parasympathikus runter. Die Yoga-Lehrer, Ausbildungsteilnehmer werden sich erinnern. Herz schlags beschleunigt und Atemfrequenz beschleunigt. Elektrischer Hautwiderstand sinkt. Muskelanspannung da. Bereit für Flucht oder Kampf. Gegen den Tiger wollte er lieber nicht kämpfen, also rannte er so schnell, wie er konnte. Jetzt ist es leider so, Tiger ist schneller als Mensch. Und so war gerade schon abzusehen, dass der Tiger Mensch schon bald einholen würde. Und dann sah der Jäger so ein großes Loch und erinnerte sich, da war ein alter, verlassener Brunnen. Beherzt rannte er darauf zu und sprang dort hinein. Und während er gerade sprang, und manchmal in solchen Gefahrensituationen, ist ja, verläuft das Zeitgefühl anders, ist ja unten im Wasser eine Pythonschlange. Und die Pythonschlange hatte schon lange nichts mehr zu essen gehabt. Pythonschlangen können ja Wochen ohne was zu fressen aushalten. Und sie freute sich gerade, während unser Mann dort in der Luft war. Und während er gerade beim Runterfallen war, war er erst mal hochgesprungen, um die Pübel sich zu behalten. Und jetzt fiel er runter, sah er eine Wurzel. Beherzt griff er die Wurzel. Jetzt war er in Sicherheit. Unten die Pythonschlange, oben der Tiger, der fauchte. Und er hing an dieser Wurzel. Aber er hatte ja immer noch nichts gegessen. Und neben dieser Wurzel war so eine kleine Bienenwabe von Wildbienen. Mit einer Hand hielt er sich an der Wurzel fest. Wollte gerade zu dieser Honigwabe hinfassen. Und dort bemerkte er ein Geräusch. Denn hinter dieser Wurzel, da waren zwei Ratten. Weiße Ratte und schwarze Ratte. Und die waren gerade dabei, ihr Mittagsessen zu essen. Und jetzt machte dort jemand ein großes Erdbeben und zerstörte so ihr Zuhause. Da dachten wir doch was tun. Also fingen sie an, die Wurzel durchzubeißen. Abwechselnd die schwarze Ratte und die weiße Ratte. Aber unser Jäger bemerkte das. Einen Moment war er irgendwie erschreckt. Aber dann dachte er, ja, da sind noch Honig. Er nahm mit einer Hand den Honig. Wunderbar süßer Honig. Die Bienen fanden das keine gute Idee und stachen ihn überall. Irgendwann hat die schwarze und weiße Ratte ihr Werk verbracht. Er fiel runter, wurde von der Pythonschlange gefressen. Ende der Geschichte. Wer ist der Jäger? Wer ist der Jäger? Wir sind die Jäger. Wir jagen nach dem Glück. Und zwischendurch wollen wir irgendwo innehalten und unser Lunchpaket essen, so die kleinen Dinge irgendwo genießen. Wir wissen nicht, wo das Glück zu finden ist. Wir wissen nur, wir suchen es irgendwo vergeblich. Und wenn wir glauben, wir haben es erreicht, dann läuft es schon wieder weg. Und dann kommt der Tiger. Was ist der Tiger? Der Tiger ist die Zeit. Irgendwann erkennen wir, nicht wir sind die Jäger, sondern wir sind die Gejagten. Die Zeit jagt uns. Irgendwann sind die Haare nicht mehr braun, sondern grau. Irgendwann sind sie weiß. Irgendwann wird die Anzahl von Füllungen und Kronen größer. Irgendwann braucht man nicht eine Brille, sondern mehrere Brillen. Irgendwann geht so eine kleine Beschwerde, die vorher ein paar Tagen weg war. Dauert ein bisschen länger. Wir merken, wer sind die Gejagten? Und dann rennen wir doch irgendwo weg von dieser Zeit. Und wir halten uns fest an der Wurzel des Lebens. Und an der Wurzel des Lebens nagen schwarze und weiße Ratte. Und wer sind das? Tag und Nacht. Jeder Tag heißt, unsere Lebenswurzel ist ein Stück durchgenagt. Das haben wir vergessen, oder? Viele sind jetzt ein Tag hier. Das heißt, ihr seid ein Tag näher am Tod. Seit gestern seid ihr ein Tag näher an den Tod gekommen. Manche mögen das als Trost ansehen, manche mögen das als Bedrohung ansehen. Wir sind aber einen Tag näher. Aber das gilt hauptsächlich für die Non-Yogis. Yogis sind zwar physisch auch einen Tag näher am Tod, aber für uns ist es wichtiger, wir sind einen Tag näher an der Erleuchtung und der Gottverwirklichung, der Selbstverwirklichung. Und unten ist die Pythonschlange und die Pythonschlange ist der Tod. Und der Honig? Das sind so die kleinen Vergnügungen, die wir noch wollen und die wir vielleicht dadurch erreichen, dass wir anderen etwas wegnehmen. Und die Bienensticher sind die Konsequenz, Karma. Das ist so die Konsequenz, Karma. Das ist so die Konsequenz. Das ist so die Konsequenz.